So, grüß Gott, grüß Gott, bitte bei Ihnen, ja, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, und jetzt geht's los, danke. Das Regierungsprogramm, auf das wir uns verständigt haben, ist die Basis für die Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren. Wenn es so etwas gibt oder sagen willst, gibt es Spender für die Wahl jetzt, für den Wahlkampf? Ja, ja, tatsächlich. Ja, da musst du überlegen. Ja, es gibt ein Wort, das der Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Jetzt für die Wahl, ja. Also, jetzt Nieskoggaard, Rotten, die zahlen nicht an die Partei, sondern an einen Gemeinnützigenverein. Okay, Beispiel. Das musst du erfährst, da rein. Hab ich im Volk, ja. Du musst erfährst, das das nicht, direkt und schluss. Das ist ein Gerst, da rein. Gerade in dieser schweren Stunde bitte ich bei den vielen Bürgern um Verständnis. Ja, alles Gute. Danke, ich bin nur ein Arsch.